so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die sky rush von veco eine neuheit dieses jahr silvester 2017 richtig schöne batterie bis zu 25 mm kaliber und die ist relativ klein aber was rauskommt ist gar nicht mal so klein ach so ich drehe und dreh aber steht ja immer unten an em hat das gute stück hier 299 gramm und grüße gehen dabei raus an effekt firework die habe ich bei ihm zum ersten mal gesehen dann wurde ich noch mal stutzig weil ja wollte dann noch mal wissen was die so kann dann habe ich mir das video angesehen und meinte die ist doch ganz geil die schießt nämlich ganz schön dicke crackling kometen und das sieht echt schön aus und dazu hat noch richtig schöne bouquets ja und jetzt würde ich sagen gehen wir mal raus und gucken ob die überzeugen kann für einen schmalen taler von nicht mal 15 euro glaube ich und ich wünsche euch viel spaß mit der sky rush von veco die hat einen standfuß die sky rush grüße an meine aussie kollegen effekt und ich vertraue der sache jetzt mal naja ja ok dann dann bauen wir die noch ein gut also viel spaß wer und dahin angesprochen woher 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 Veko kann es wieder Leute, Veko kann es wieder, Hammer!